Hallo und willkommen hier zu einer neuen Folge von Brawl Stars. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier um 18 Uhr. Gestern hatte ich ja schon so Bock mit Bull zu zocken und heute mache ich es, Leute. Heute gehe ich direkt rein in die Solo-Runden mit Bulli. Gerade auf dieser Map fand ich halt gestern schon, wo ich gestern, Leute, gestern war eine Salzfolge. Eine Salzgehaltfolge, da war ich echt richtig, äh, hätte ich ausrasten können in jeder Runde, so gefühlt. Egal, Leute, Bull, Bull macht das heute. Ich hab, ich mag Bull. Ich mag Bull, 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 Bull und ich hole mir schön die ganzen Power-Cubes, Mupsi. Bam, bam, so drei Stück. Es könnte sein, dass da oben jemand ist, aber ich riskiere es und schieße da trotzdem rauf. Komm, komm. Ein Schuss noch. Oh, Kollege, was machst du da oben? Du bist doch hier irgendwo. Kollege. Na, wo bist du? Bist du hier? Nee, da unten. Da unten ist er. Da ist er. Patz, Digga. Und da unten ist Penny. Penny. Da unten war Penny. Ja, Leute, also Bull. Bull ist Liebe. Auch wenn ich erst 140 Pokale mit Bull habe, heute werden einige dazukommen. Vielleicht kann ich ja so ein, so ein, so ein, so ein Win-Streak wieder aufbauen. Oh, der hat acht. Uff. Der hat acht. Der hat acht. Aber fängt mit den acht Pokalen, ähm, Pokalen sage ich schon, fängt mit den acht Power-Cubes gar nichts an. Also wäre er direkt offensichtlich vielleicht raufgegangen, dann vielleicht, aber er bleibt da stehen. Los, Leute. Zehn Pokale, erste Runde, erster Win. Wir gehen direkt rein in die zweite Runde. Abfahrt. Jawohl, genau so muss es laufen mit Bulli. Ich mag Bullen. Was ist euer Lieblings-Ball? Habt ihr einen Lieblings-Baller oder habt ihr mehrere Lieblings-Baller? Schreibt mir gerne unten rein in die Kommentare. So, da oben ist jemand, ich hab ihn gesehen, der schießt sogar hierher. Das ist auch so ein richtig nerviger Typ mit seinen Patronen, die da überall hin und her fladdern. Fladdi, fladdi, fladdern. So, die zwei Kisten wären auch noch nice. Da ist Colt. Und Colt ist ziemlich nervig. Och, Colt, das war doch Anfängerfehler von dir. Das hättest du nicht machen dürfen. So, die hole ich mir, die hole ich mir. Das ist Nita. Oh, was liegt denn hier alles rum? Läuft bei uns. Hör auf zu nerven, Nita. Ja, jetzt weiß er nicht, wo ich bin. Und jetzt hab ich einen Vorteil. Jetzt hab ich einen Vorteil. Na, will er sich die Kiste holen? Er will sich die Kiste holen und das war sein Todesurteil. Zack. Und jetzt hab ich sehr gute Karten mit Bull zu gewinnen. Ja, guten Morgen. Zackig, knackig. Runde Nummer zwei. Zweiter Sieg. Wieder zehn Pokale. Ja, Wollt. Ich denk mal, Bull wird der nächste Baller sein, den ich jetzt hier auf 500 Pokale pushen möchte. So, Abfahrt. Vielleicht kriegen wir es heute sogar hin, 2000 Pokale insgesamt zu bekommen. Aber dafür muss ich jetzt echt jede Runde gefühlt gewinnen. Mal gucken. Ich geb mein Bestes. Wenn nicht, vielleicht morgen. So, wieder, wir spawnen wieder da. Und diesmal ist es El Primo. Och, nee. Komm, 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 komm. Ein Schuss. Ein Schuss. Ah. Ah, ich verliere. Haha. Ist klar. Junge. Max hat mich erledigt. Minus zwei Pokale. Lost. 159. Egal. Nächste Runde. Neue Runde. Neues Glück. Die Runden, Leute. Ihr habt nichts gesehen. Ja, vergesst das bitte, was ihr gerade gesehen habt. Das war absolut lost von mir. So, wer ist das? Dann links neben mir. Ja, komm, schieß mal ruhig rauf, Kollege. Dann bist du... Das wollte ich gar nicht. Hup. Oh, Barley. Barley, mein Freund. Das... So, du kannst doch nicht ins... Du kannst doch nicht in den Nahkampf gehen, my friend. Oh, was geht denn hier ab? Die Party geht ab. Und hier war, glaube ich, auch noch jemand, ne? Das kann jetzt die Kiste ziehen. Wieso hüpft der denn da lang, Junge? Lost. Wo ist er? Oh, Jesse. Und Shelly ist da oben. Komm, Shelly, hol dir die Kiste, Shelly. Ich bin noch gar nicht da. Hol dir die Kiste. Ja, komm. Hol dir die Kiste, Shelly. Ich bin nicht da. Ich bin komplett außerhalb. Ich gründe dir die Kiste. Ach komm, ich gehe einfach von hinten. Von hinten an Shelly. Guten Morgen. Geil, Leute. Ich liebe es, wenn ich mit solchen Gegnern so spielen kann. Leute. Erster Platz. Zehn Pokale. Abfahrt. Das wäre jetzt, glaube ich, die vierte Runde, die ich gewinne, ne? Zwar nicht die vierte Runde hintereinander, die ich gewinne, aber die insgesamt vierte Runde in dieser heutigen Folge. Also das wäre schon... Nice. Erster Bauer-Kubi-Nubi. Lauf, 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 lauf. Zack. So, hier war aber irgendwo rechts ein Gegner. Vielleicht sitzt er hier irgendwo und wartet auf mich. Anscheinend nicht. Oh, in der Mitte. Oh, ja. Rosa. El Primo kommt. Da oben ist noch ein anderer. Oh, da mische ich mich ein. Da mische ich mich ein. Und da muss ich ganz dringend los. Aber ein Schuss und er wäre weg gewesen. Ach komm, ich hole mir erstmal die Kiste hier noch. Umso mehr Powercubes, desto stärker bin ich. Oh, El Primo versus... Bulli. Wenn ich die hole, habe ich sieben. Okay, 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 okay. Da oben war er. Ich habe ihn gesehen. Komm, komm, komm. Ein Schuss, ein Schuss und dann ist er weg. Bam. Es war nochmal knapp. Hat er gut seine Spezialattacke da eingesetzt, seine Ulti. Aber Platz 1, also erster Platz, zehn Pokale. Und wir machen munterfrühlich weiter. Also 200 Pokale sollten heute mit Bull hier schon drin sein. Zwei Runden gewinnen. Eine Runde vielleicht dann nochmal zweiter Platz oder so. Und dann haben wir ja jetzt die 200 Pokale. Aber besser wäre es natürlich, wenn ich drei Runden jetzt noch zocke. Und alle drei Runden gewinne ich. Ist auch klar. Oh, Shelly. Komm, komm, komm. Oh, ein Schuss. Oh, sie trifft mich und ich treffe sie nicht. Das kann nicht wahr sein, Alter. Kriege ich trotzdem Plus Pokale? Ne, minus 1, weil ich Platz 8 bin. Ja, meins geht. Dankeschön, Shelly. Och, run, Leute. Ich wollte Shelly unbedingt. Ich wollte Shelly unbedingt. Wäre ich mal nicht drauf gegangen. Egal. YOLO. Alter, wer sagt denn heutzutage noch YOLO eigentlich? YOLO ist mal richtig ausgelutscht, ne? YOLO. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin gerade. YOLO. Cool. So. Spy Power Cube C. Da kommt der Kollege. Den Kollegen, den ich mir holen möchte. Den Kollegen hole ich mir auch. Und ich muss ganz dringend los. Ganz, ganz dringend. Bats. Es kann sein, dass er jetzt hier ist. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Der Joe. Und der Joe hätte sich mal die Kisten holen sollen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Egal. Umso besser für mich. So. Nix da, nix da. Hier nix. Also in der Mitte ist wahrscheinlich keiner. Wahrscheinlich sitzen die einfach hier irgendwo am Rand. Aha. Da ist El Primo. El Primochen. Kommt zu mir, El Primo. Kommt zu mir. El Primo, kommt zu mir. El Primo. Ich seh dich. Und du siehst mich nicht. Oh, er kriegt Minus. Was macht er denn da? Lost. Lost. Ja. Perfekt. Danke dir, El Primo. Jetzt ist noch irgendwo ein anderer. Es kann sein, dass der jetzt hier von links irgendwie reingegangen ist. Und ich hab's nicht gesehen. Kann sein. Da ist er noch. Wer ist das? Rosa, Leute. Das war mal wieder easy. Easy peasy. Lemon cheesy. Und das bedeutet, ich habe jetzt 188 Pokale, ne? Ne, 188. Sprich, eine Runde Gewinn. Und eine stabile Runde. Und dann haben wir die 200 Pokale hier mit Bulli. Und das machen wir heute voll, Leute. 200 Pokale mit Bull. Und dann kann ich gleich mal gucken, wie viele Pokale ich insgesamt habe. Weil die 2000, die stehen ja kurz zuvor. Sag ich mal. Shelly. Tara da oben. Gucken wir mal die hier. Bam, bam. Da ist keine. Da ist El Primo. Sieht der mich? Wahrscheinlich nicht. Und deswegen hole ich ihn mir. Und wer war das da unten? Oh, ein Schuss. Ein Schuss. Oh, das war knapp, Junge. Richtig knapp. Und der darf nicht zu mir. Der darf nicht zu mir. Der darf nicht zu mir. Hau ab. Komm, ich snack mir die Kiste da oben noch. Bam, bam, bam. So, 5 habe ich. Da oben ist jemand. Da ist Nita. Und Nita macht mich ganz schön fertig hier. Was sitzt er denn da? Was sitzt er denn da? Nita! Da muss ich ganz dringend. Los! 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 Nein, Junge! Was war das denn? Er sitzt da. Nita hat die ganze Zeit genervt. Aber Platz 4. Sechs Pokale immerhin. Das bedeutet, wenn ich jetzt die Runde gewinne. Oder wieder Platz 4 bin. Dann habe ich die 200 Pokale. Und das ist mein Ziel jetzt hier. Was mache ich? Ich gehe... Komm, James könnte man... Oh, der mit seinen... Oh, mit seinen Dings. Den Dynamit. Das ist so ein Nervensegel, ne? Den müsste ich eigentlich ganz... Ah, obwohl... Ne, ich gehe nicht direkt rauf. Weil ich habe da irgendwie das Gefühl, dass ich da sterbe gegen James. Gegen diesen Dynamitfritzen. Fritz, Fritz. So. Zwei. Da ist El Primo. Da kommt jetzt safe her, der El Primo. Safe Call. Ja, was mache ich? Hier sind so viele in der Mitte, ne? Junge, James! Du hast die ganze Zeit schon genervt. Hau ab! Bam! Endlich. Endlich ist die größte Nervensäge weg. Sechs Powercubes. Irgendwo muss El Primo hier noch sein. Ist ja das. Ne, das ist Shelly. Aber die Shelly hole ich mir jetzt erstmal. Bam! Komm, ich könnte nach unten sprinten. Aber wenn Shelly hierher kommt, dann... Oh, was mache ich? Doch, doch, das war vielleicht gut. Uff. Ja, moin, Shelly. Ich verliere. Oh, ich verliere nicht. Uff. Renn. Ich bleibe hier. Damit rechnet sie nicht. Damit rechnet sie nicht. Uhu. So, neun Powercubes. Zwei Brawler. Äh, ein Brawler. Also Finale jetzt hier. Und da ist Nita. Nita! Es wird knapp. Da muss ich weg. Oh, der Bär. Was mache ich denn jetzt hier? Lost. Lost. Das war Lost von mir. Wieso renne ich denn da weg? Äh, ich habe gefettfingert, Leute. Fettfinger. Fettfinger. United hier am Start. Egal. Acht Pokale bedeutet, ich habe jetzt die zwei Pokale mit Bull. Und wie viel habe ich insgesamt? 1954. Uh, Leute. Das heißt, morgen knacken wir die 2000. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, dann lasst ein Abo da. Ich bin jetzt hier raus. Out rein. Und Tschüssi. Outro